Ich wollte schon immer so einen Dic in der Hand haben. Hallo Frankfurt! Frankfurt, hello! Sorry, falsche Veranstaltung. Gut, dass wir es schon geplant hatten. Manfred Weber hat uns versucht, die Abstimmung im Europaparlament zu stillen. Aber nicht mit uns, will er sehen! Das geht hier! Danke, dass ihr gekommen seid. So kurzfristig. Jetzt sind alle eingeladen, heute da. So viele Leute. Und warum? Weil wir wütend sind. Wir wollen diesen Paragrafen 13 nicht. Ab Artikel 13. Wir wollen Artikel 11 nicht. Wir wollen die gesamte Urheberrechtsreform, so wie sie verhandelt worden ist, nicht. Der Axel Vos hat jetzt gemeint, wo sind denn eure Gegenvorschläge? Es gab so viel Zeit, ich habe keine gehört. Julien Rede sitzt im Europaparlament seit fast fünf Jahren. Wir haben so viele Vorschläge gemacht, wir können gar nicht zählen. Bei den Piratenparteien der Homepage, wir haben allein geguckt, 2011 haben wir einen Reformvorschlag gemacht mit 84 konkreten Vorschlägen. Julien Rede hat so viele Vorschläge gemacht, nur Axel Vos hat das alles nicht mitbekommen. Wahrscheinlich fielte das auch für autogenerierten Text irgendwoher von Google. Dabei ist es doch der Google, der von der Reform profitieren wird, weil die haben einen Uploadfilter. Und sie können den jetzt an alle verkaufen, die den brauchen. Nach drei Jahren alle Startups brauchen den. Alle europäischen Filmen brauchen den. Die Ausnahmen, die im Artikel 2 definiert sind, sind komplett kaputt. Und was noch nicht häufig gesagt worden ist, das steht, für Nicht-Kommerzielle gilt es ja nicht, wie zum Beispiel für Forschung. Jetzt ist das Problem, die Forschung funktioniert meistens mit privaten Geldgebern. Fast alle Forschungsprojekte sind irgendwie mit Industrie zusammen. Und sobald ein bisschen Geld kommerziell dabei ist, ist es nicht mehr nicht kommerziell. Das heißt, dieser Artikel 2 behindert auch noch die freie Forschung. Noch zusätzlich dazu. Wer gegen Artikel 13 ist, ist nicht für Google, ist nicht für Facebook, ist nicht für Twitter. Denn die haben die Technologie. Aber was ist mit unseren europäischen Internetplattformen? Haben die Technologien? Haben die die Möglichkeiten? Was ist mit Xing.de? Was ist mit Chefkoch.de? Was ist mit den zahlreichen kleinen Foren, wo urheberrechtlich geschütztes Material hochgeladen werden könnte, in großem Umfang? Wie sollen die diese Technologie bringen? Wie sollen die das leisten? Was wird aus denen? Es geht ja gar nicht um Google. Es geht um unser europäisches Internet. Es geht um unsere Vielfalt. Und das ist, was ich nicht verstehe, dass da keiner drüber spricht. Und das müssen wir schützen. Das ist das Ziel, warum wir alle hier sind. Und natürlich, wir alle benutzen Google, wir alle benutzen Facebook, Twitter, Instagram. Aber das ist ja auch alternativlos. Wir haben keine europäischen Konkurrenten, keine europäischen Alternativen. Wir werden auch mit Artikel 13 keine bekommen. Und deshalb müssen wir laut sein. Und deshalb sind wir hier. Wir haben vorhin schon gehört, dass Möglichkeiten zur Censur, wenn sie erst einmal geschaffen sind, auch ausgenutzt werden. Wir sehen die Ansätze schon jetzt. Vor einigen Tagen hat Herr Newstime, ich denke einige von euch kennen ihn, unter einem seiner Videos Hashtags niemehrCDU gepostet. Daraufhin hat er mehrfach E-Mails von CDU-Mitgliedern gekriegt, die ihn dazu aufgefordert haben, diese Hashtags zu entfernen und in Zukunft nicht mehr zu benutzen. Ebenso war er am Samstag auf der Demo in Berlin, hat einen Livestream davon über YouTube gestreamt, hat im Anschluss eine Zusammenfassung davon hochladen wollen und Content-ID hat das geblockt, weil im Hintergrund geschützte Musik lief. Und da heißt es noch von Axel Voss, es gibt keine Upload-Filter im Gesetz, das ist nicht nötig. Es wird keinen Einfluss auf die Meinungsfreiheit haben, keinen Einfluss auf die Pressefreiheit, der Mann hat einen Presseausweis. Wir sind hier bei der Spontan-Demo in Frankfurt, weil die Leute wütend sind, dass die Abstimmung im Europaparlament vorverlegt werden soll. Wir sind gegen diese Reform, weil sie unfair ist. Sie ist unfair gegenüber den Nutzern, sie ist unfair gegenüber den Künstlern, sie vertritt nur die Interessen der Großlobbyisten, so wie Axel Springer und Bertelsmann und so. Und das wollen wir nicht. Wir sind nicht nur auch gegen Artikel 13, wir sind gegen Artikel 11, gegen Artikel 12. Im Artikel 2 wird auch Blödsinn gemacht und auch die sinnvollen Ausnahmen für Big Data sagen, nicht kommerziell ja, aber nur wenn sie hundertprozentig nicht kommerziell sind. Das heißt, da wird der gesamte Bereich der Forschung ausgeklammert, weil Forschung immer auch mit kommerziellen Geldgebern funktioniert. Und das ist einfach sehr kurzsichtig von der Reform. Die gesamte Reform ist kaputt und muss komplett auf den Startpunkt. Ich möchte mal noch einen Punkt erzählen, warum die Copyright-Reform komplett kaputt ist und wir das verhindern müssen. Mit Artikel 13 wird nämlich das Bereich der Rechtsdurchsetzung an private Unternehmen verlagert. Das heißt, die privaten Unternehmen sind jetzt plötzlich oder werden dafür zuständig sein, die Rechtsverletzungen selber zu verfolgen. Und sonst, wenn sie das nicht tun, dann sind sie selbsthaftend. Und dadurch, dass die Interesse haben, nicht in die Haftung zu gehen, wird es einfach zu überglocken kommen. Wird es dazu kommen, dass dieses Filter einfach komplett unfair ist und alles verhindern wird. Selbst wenn es technisch anders möglich wäre, aber diese Verantwortung werden die Leute nicht tragen. Und das ist ein weiterer Schritt einfach auf dem Weg zur Aushöhlung unserer Grundrechte. Wenn wir so etwas Wichtiges für die Gewaltenteilung aufgeben und die Rechtsdurchsetzung, die normalerweise nur den Ordnungsbehörden vorbehalten ist, am Privat übertragen, dann haben wir irgendwann auch private Gefängnisse, die überquellen wie in den USA. Und dann haben wir auch Unrecht, das wir nicht haben wollen. Wir müssen diese Reform verhindern. Wir müssen zu den Europawahlen gehen. Wir müssen Piraten wählen, damit im Europaparlament endlich Fachkompetenz sitzt. In Berlin sind es 2000 Leute. Und in München soll es 1000 sein. Ich kann nicht zählen, wie viel es hier sind. Also es sind auf jeden Fall mehr als die erwarteten 100. Ich würde mal schätzen, so 500 sind wir bestimmt. Vielleicht auch mehr. Wir können ja nachher mal durchzählen. Stopp die Zensur! 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 Ja, da hat er schon mal häufig gehört, dass er noch gerade ist. Hi! Wir sind keine Botsch! Wir sind keine Botsch! Wir sind keine Botsch! Wir sind hier! Wir sind laut! 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 laut laut! laut laut laut! Wir sind laut! laut 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 Leute. Also mein Dank geht auch als die, die so spontan hierhergekommen sind und auch als die Organisatoren, die das so kunstpflichtig organisiert haben. Und zwar nicht nur hier, sondern es sind parallel auch noch Spontanthemos gewesen in Köln, Stuttgart, Berlin und München. Applaus